Moin, heute ist Mittwoch und ich fahre jetzt gerade zum Reitabzeichentraining und ja siehst du die steht jetzt gerade schon im Anhänger hinten und ja wir fahren jetzt los und da werde ich meine ältere so reiten also nur so als training und ja und ja ich habe mir auch letztens ein neues inlay bestellt und zwar dieses hologramm inlay hier von magic tag und das werde ich heute benutzen und ja wenn wir angekommen sind dann zeige ich euch auch noch das outfit was ich heute drauf mache ja Outro 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 Das ist so, okay? Ja. So, jetzt die Bremse, jetzt die Parade, jetzt die Parade. Ja. Ruhig so. Im Arbeitstempo antragen, rechte Hand. Freiheit, Freiheit. Oh ja. B wollte 10 Meter mit der Internation überschreiten. So, jetzt rum. Ja, sieht gut aus. Jetzt überschreiten. Ja, super, perfekt. A, versammelter Trab, KXM im Mitteltrab durch die ganze Beine. Und besser. Warte, Hände, jetzt eben nach dem Schulter. Ja, gut. Jetzt mit Gefühl, mit Gefühlbremse. Mit Gefühl. Ja, das ist Abelanz, 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 Abelanz. E, links, unten. Aufrichte. Aufrichte, aufrichte, darf die Hand runter. Hand runter. X halten, ein. Parade. Leichte Hand, leichte Hand. Ja, mach's. Das war ja ganz korrekt, aber wir müssen folgen. Im Mittelschritt anhalten, rechte Hand. A, im versammeltem Tempo rechts angaloppieren. Schöner, mittelschritt. Schöner, mittelschritt, fleißig. Ne, ich richte nicht zu gern. Das halte er unmittelbar rückwärts hin. Halte die Aufgabe, stehe und dann rückwärts hin. Ja, okay. Das müssen wir da rückwärts einrichten, dass sie rückwärts geht. Ja, ja, das war, positioniert. Ja. Ja, gut. Mittelschritt. Komm. Und komm. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Mit weicher Hand, gut gehört. Mit weicher Hand, gut, gut gemacht. Weiter, super. Halbe Wolke, ähm, rechts, zehn Meter. So, leckern, rechtszeitiges Lilpeil, jetzt schon Rad verrat. Okay. Blöckchen? Halt der Kopfhörer? Guck mal, wascode? A aus den Türkeln, die wechseln, ohne Galoppwechsel. Denk dann vorwärts, treibe den Bein, schöne Galopphilfe mit dem linken Schenkel. Rechtes Bein ist hinten, linkes Bein treibt, ganz wenig Stelle, links treiben, wenig Stelle, links treiben, links treiben. Und jetzt noch, weiche Parade, weiche, besser geht noch. C, X, A aus den Türkeln, die wechseln, ohne Galoppwechsel. Jetzt da oben zeigst du mir noch so eine Parade. Treiben rechts, treiben rechts. A mittelschritt. Los, das noch mittelschritt, mittelschritt. Zeig dir in den Richtern, dass du das kannst. Zeig dir in den Richtern, dass du mittelschritt kannst. Ja. Zwischen F und B kurz her. So, Sissi und ich sind jetzt fertig. Und Sissi, die war richtig gut. Und jetzt kriegt sie natürlich noch eine Belohnung, weil sie war richtig brav. Sie hat ab und zu auch mal ein bisschen wo geguckt, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt kriegt sie noch einen Apfel. Aber sie kauft gerade noch. Und dann werden wir sie auch gleich einladen. Okay. 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 Ja. Okay. So, wir haben jetzt das hier eingeladen und sie steht jetzt schon im Hänger und wir werden jetzt gleich nach Hause fahren und ja. Neue Stiefel gehst du dann runter und filmst du, ja? Ich wollte euch noch was zeigen und zwar habe ich auch neue Stiefel und zwar von den Niro und zwar haben die hier so drei grüne Steine und sonst so cooles Schlangenleder und so Lack oben und hier unten drunter ist auch noch mal Lack und die sind einfach richtig bequem. Und hier unten drunter ist auch noch mal. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren nach Hause. Wir haben Sissi ausgeladen und heute war Sissi einfach richtig, richtig gut. Und ja, hiermit beende ich auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und ein Abo. Das würde mich auch sehr freuen. Und ihr könnt ja auch mal ein paar Video-Vorschläge unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne noch für Videos haben wollt. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye! Moin! Heute ist Mittwoch, der 25.04. und heute mache ich mein... Nee, ich mache keinen Reiter. Moin! 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 Vielen Dank.